Moin Leute, was geht? Mein Name ist YouTube Gamescom auf der Playstation 4 und herzlich willkommen zu Let's Play GTA 5. Und ja, heute mal wieder im Online-Modus, im deutschen Ballschirm. Ich liebe das Ding und oh, oh Hammer, das ist so ein Motorrad. Leute, ich habe so, bei mir ist es einfach der absolute Hammer auf Next Gen zu spielen. Äh, besonders hier, die Ansichten, die Waffenansichten, das Feeling, wenn es regnet. Sieht jetzt nicht nach Regen aus, aber da hinten ziehen schon schwarze Wolken auf. Mal gucken, was da abgeht. Hey, moin moin, was ab? Willkommen on YouTube. Nein! Moin moin! Ey, gut, dass ich Handgranaten dabei habe. Das müsst ihr euch auf jeden Fall merken. Immer Handgranaten rein. Da kann man schon mal nichts falsch machen. Dann noch mit der Sniper vorne drauf, äh, mit der Sniper drauf schießen. Das ist die besondere Sniper, das ist eine ganz besondere Sniper, die hat, die kann ganz viele Schüsse auf einmal abfeuern. Nein! Pablo Escobar! Boah! Mist, jetzt hat er mich gekillt. Obwohl ich so viele Handgranaten am Start hatte. Hehe. Habe ich nichts anderes dabei. Äh, ja, hier, billig, nachher hier. Oh, das Auto von Franklin hier, das nehmen wir mal mit. Boah, Alter, willst du mich verarschen? Ich glaube, das Auto ist gepanzert, wegen dem hat er die Granate überstanden. He! Hau ab, Mann! Oh nein, moin moin! Scheiß Bullen! Komm, schieß auf mich! Okay, hehehe, ich glaube, wir müssen die Flucht ergreifen hier, ganz schnell. He, he, he! Äh, wann haben wir die Frau da auf meine Motorhaube draufgegangen ist? Der absolute Hammer. Ich glaube, die Karre macht nicht mal viel. Scheiße, Mann, was war denn das? Jetzt hat er mich wieder umgelegt. Wristbone. Okay. Ich glaube, wir hauen ab. Wir hauen ab. Wir markieren jetzt mal hier einen Ort, wo wir hin können. Wo ich meine, dass wir relativ sicher sind. Das war in der Luft. Moin moin! Hey, he, ich bin ein bisschen schneller als du. Verpisst euch, verpisst euch, verpisst euch, verpisst euch, verpisst euch, verpisst euch, verpisst euch! Verpisst euch! Ich bin hier rein! Lauf, 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 lauf! Okay, weg hier, weg hier, weg hier, weg hier! Verpisst, 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 komm schon! Hier wird es enden. Die Sau schießt da oben, jetzt haut sie, jetzt haut sie ab, jetzt haut sie ab. Jetzt hat er Angst bekommen. Oh, nice. Was machen wir jetzt? Schießen wir hier in den Arsch, in die Beine, in den Oberkörper, in ihr Handy oder in ihr Blatt Papier. Oh, pass mal hier, die Karte von Los Santos hält die in der Hand. Alter, das sind wieder die Details, die GTA 5 ausmachen. Seht ihr das? Aber ich glaube, wir werden hier in den Arsch schießen. Moin, moin! Ich würde mal sagen, die Frau ist tot. Jo, das war's eigentlich schon vom kleinen Online-Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Und bis zum nächsten Mal, euer 2Games.com auf der Playstation 4. Ciao! Hey, warte mal, ich höre doch da was. Ich höre doch da irgendwas. Hört ihr das auch? Boah, ne, der heiße Punkt ist da oben. Moin, moin! Igal! Haut rein und bis dann! Ciao! Ciao!